ok priorität möchte ich jetzt erst mal auf den fischer machen damit der schnellstmöglich fertig ist ich kenne um das beenden oder bescheuert zwei sagen auf einmal laufen zu lassen so ein oder oben hin haben wir drei solange uns keine leute versterben ist mir nicht jetzt passiert habe ich zu wenig essen gehabt und sind mir die leute gestorben verstorben verstärken verstorben war nicht so gut aber jetzt sieht es so gut aus da kann man tunel durchbauen damit straße wieder weiter und haben wir hier noch ein schönes fällt halt hier oben sind wir ja hier oben halt dann tunel durch kann man hier straße brücke und hier noch ein paar vielleicht kommen wir hier unsere strittgebiete aufbauen also hier die ganzen dann steinbruch und die ganzen tage bauen für kohle und so weiter so ich hoffe die fangen sie dann mit ihren feldern an wir machen jetzt einfach mal hier stopp 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 haben die schon fast alles aber sie sollen jetzt lieber hier vorne da ok gut die wieder essen anbauen bin ich ehrlich wäre mir lieber food is low ja ich weiß den pausieren mal auch noch ja wie sieht er aus und er braucht noch die sind gerade am pflanzen schon das braucht noch weile wie sieht es bei dem aus wir hatten der letzte macht 554 nicht schlecht ich sei mit hier drüben noch ein fisch mehr fischer möchte ich nicht aufbauen also zwei stück langen voll und ganz um uns mit fisch zu versorgen wenn sie jetzt bauen was fehlt bei dem nix ist nur noch bauen ok dann starten wir mal den hier momentan haben wir nur die leute überall voll beschäftigen können ja wir sollten jetzt dann auch einmal ein haikräuter sammler in uns organisieren wäre vielleicht nicht ganz so blöd so viel zu viele oben mittlerweile aber gut sich 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 sägen und hämmern wo steht der name kamerlin gender ok kamerlin macht es im alleingang nein jetzt kommt noch die gute tinnifer dazu und die machen das jetzt hat wo den tinnifer da wo die ok kann man schon wieder häuser bauen ohne e mail leute haben dann spielt dran hier haben wir schon wieder alles gut da zwei weg und zwei fische hinzu jetzt sollten ja auch drei eine ok zwei und zwei perfekt so will ich das haben jetzt wird hier unsere sammlerin gebaut dann können wir eigentlich gleich unsere kräuterfrau melissengast auch mit hinbauen oder erstmal schauen wie viel ist wenn jäger aussieht mit den dänen bauen ich bin überlegen aber so ist er glaube ich ganz schlecht war mit dem hier hier den hier hier drehen 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 weg weg passieren ja gut steht jetzt vorsatz können egal muss ich glaube ein bisschen verlängern jetzt hat dort machen wir doch glatt noch so gut läuft doch momentan noch noch wir haben zwar kein essen mehr aber gut ja was bei meins nächstes würde ich sagen manchmal hier hin momentan noch mal da unseren typie für werkzeug passen wir auch gleich wieder den wir als nächstes brauchen ah getterer ist fertig dann machen wir als nächstes unseren blacksmith und ein getterer stellen wir ein ein sammler so anscheinend auch wieder unsere 50 zusammen ich glaube jetzt dann brauchen wir holz jetzt sieht es immer mehr danach aus wenn wir jetzt dann holz brauchen bitte wie sieht es bei dir mit fisch aus 44 äh 45 bisher ok und bei dir von 80 ja gut du fisch hast schon länger aber sieht gut aus der wird nur zwei jahre brauchen bis da irgendwas dran wächst und das sieht gut aus das braucht noch das braucht auch noch wir haben ja wird herbst werden bis die beiden fertig sind da könnte man vielleicht sogar noch mehr was anbauen danach die will jetzt mal hier unten sammeln 1 einmal bohnen zweimal bohnen kann man vielleicht sogar noch bisschen nahrung damit zusätzlich gewinnen die maße einfach nochmal anpflanzen lassen und dann nochmal ernten lassen genau unser blacksmith wird jetzt zusammen gebastelt die sammelt jetzt dann die hat nichts gesammelt er sammelt da sieht man Stein, Eis, was der Eis gesammelt hat umso mehr Wald umso mehr Wald hier ist natürlich so wäre ideal umso mehr Holz kann er natürlich auch sammeln dauert aber wie gesagt wir müssen erstmal alle Stein alles an Eisen raushauen das wird unsere Winterarbeit einfach mal werden ach da haben wir eigentlich schon ach Eisen fehlt noch war ich eigentlich schon äh 96 Eisen 143 Steine und 18 ok dank noch 40 Steine 4 Loks ja geht auch noch oh sorry so sieht noch alles soweit gut aus ja würdet ihr hier bauen ach die Eisenfeder äh völlig vergessen damit das schöne Eisen auch noch viel jetzt hat können sie bauen perfekt so auf jeden Fall immer ein paar labor ich glaube jetzt mittlerweile sogar mehr weil wir haben doch einiges dahinten fisch da drüben fisch die strecken sind relativ kurz das geht nur da und sich selber da oben hinlaufen und das holz holen und die die Früchte und die Pilze was sie also sammelt Beeren vorwiegend ja Beeren und Pilze sammeln sie halt was so im Wald zu finden ist ja und bei euch so eieieiei die Leskimunder ja ja emsiges Völkchen ja sie wollen jetzt auch überleben mussten fliehen sind sozusagen Flüchtlinge versuchen jetzt hier sich eine neue Heimat aufzubauen aus dem Land wo es kam das ist ja schwierig zu sagen war Krieg Leben war nicht leicht hier ist es auch nicht leicht Krieg gibt es da keinen aber man muss um über Leben kämpfen und Nahrung selber anbauen aber das kriegen die gut hin da bin ich mir relativ sicher so sollen wir noch ein paar Häuser bauen oder nicht ist die große Frage oder sollen wir einfach mal im Winter abwarten wie es mit Nahrung aussieht weil wir haben mal wieder keine Nahrung und dann abwarten ich glaube das wird die bessere Variante sein und sobald der auf ihnen fertig werden wir den Jäger bauen es könnte heute diesmal eine schlechte ernte werden bei denen damals fertig dann möchte ich gerne den hier bauen da einen wie fährt kann man denn noch werkzeug 10 gut der kann über winter dann abbauen warum viel mehr essen von mir ausbauen mehr essen wie viel mehr essen